Hallo und einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Wetter am Dienstag hier bei Wetter.net. Ja, der heutige Tag, der hat mit einem wohnigen Maitag wirklich relativ wenig zu tun. Heute erwarten wir einen schweren Sturm, einen richtigen Herbst- oder Wintersturm, aber eben alles andere als schönes, trockenes, sonniges und warmes Maiwetter. Heute kommt der Sturm Eugen und der zieht einmal über den Norden, über die Mitte, den Westen und teilweise auch über den Osten hinweg. Auch der Süden bekommt ein bisschen was ab, aber da wir das Ganze ein bisschen entspannter ablaufen. Schauen wir uns erstmal die Großwetterlagenkarte an von heute Mittag. Und da sehen wir, dass Sturmtief Eugen mit seinem Zentrum genau hier über der Nordsee liegen. Die Kaltfront ist dann schon teilweise über Deutschland hinweggezogen, bringt da Schauer und auch zum Teil Gewitter mit. Also Blitz und Donner sind heute auch mit dabei. Und wenn diese Kaltfront durchzieht, dann wird auch die Windentwicklung am heftigsten sein. Blicken wir erstmal auf die Wetterlage heute Morgen. Da ziehen schon die ersten Niederschläge heran. Hier im Nordwesten von Schleswig-Holstein über Hamburg bis nach Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Da ist es teilweise nass in den höheren Lagen. Hier und da auch nasse Schneeflocken mit dabei. Bis zum Mittag breiten sich diese Niederschläge weiter aus. In die Mitte des Landes, teilweise auch in den Osten. Dahinter kann es mal kurzzeitig auflockern. Dann sind aber immer wieder Schauer mit dabei. Und zum Teil eben auch Blitz und Donner. Also kurze Gewitter. Und zum Abend zieht das Ganze weiter mit den Niederschlägen Richtung Süddeutschland. In der Mitte, da lockern die Wolken immer wieder mal auf. Schauer und Gewitter gibt es aber weiterhin. Wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter heute bei euch vor Ort wird, ob es Gewitter gibt, ob es Regen gibt, dann ladet euch doch einfach mal unsere wetter.net-Wetter-App runter. Da gibt es beispielsweise ein Regenradar, aber auch hoch aufgelöste Wolkenkarten. Den Link zum Download gibt es wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Die Höchsttemperaturen heute, ja, ziemlich gemäßigt. In der Mitte gerade mal um die 9 Grad, sonst so 11 bis 15 Grad. Ein bisschen wärmer wird es hier im Südosten des Landes werden Richtung Bayern. Südöstliches Bayern hier Temperaturen so 18 oder auch mal knapp 19 Grad. Die Nacht zum Mittwoch dann schon wieder. Punktuell Bodenfrost und regional Richtung Eifel auch mal Luftfrost wieder möglich. Also die kalten Nächte sind immer noch nicht ganz weg. Insgesamt sonst die Temperaturen so 5 bis 7 Grad am Mittwochmorgen. Morgen früh insgesamt weiterhin sehr wechselhaft. Im Süden viele Wolken, teilweise Regen. In den Hochlagen auch Schnee, Regen oder Schnee. Dann gibt es so einen Streifen Richtung Norm. Da lockern die Wolken auch mal ein bisschen auf. Aber auch hier mittendrin immer wieder einzelne Schauer. Zum Teil auch in den höheren Lagen Schnee, Regen oder Schnee. Es geht also immer noch ziemlich unterkühlt weiter. Und auch der Mittwochmittag, der bringt eher typisches Aprilwetter statt warmes Maiwetter. Viele Wolken, immer wieder Schauer. Teilweise auch Gewitter mit dabei. Blitz und Donner, Graupelschauer. Das volle Programm wird da am Mittwoch geboten. Und auch der Mittwochabend bringt keine große Wetterumstellung. Im Norden, in der Mitte und im Süden immer wieder Wolkenfelder. Und daraus entstehen Schauer und zum Teil auch weiterhin mit Blitz und Donner. Also Gewitter sind immer noch mit dabei. Die Höchsttemperaturen morgen noch ein bisschen kühler. Auch im Südosten keine 19 Grad mehr. Maximal noch 11 Grad. Sonst die Temperaturen insgesamt so 10 bis 13 Grad. Frühlingsgefühle kommen natürlich bei diesen Temperaturen weit und breit nicht auf. Wir blicken nochmal auf das heutige Sturmereignis. Heute Morgen, da gibt es die ersten Sturmböen Richtung Nordseeküste. Teilweise auch im äußersten Westen bis zu 60, 65 Kilometer pro Stunde. Und Richtung Holland, da haben wir teilweise schwere Sturmböen um die 100 Kilometer pro Stunde. Im Tagesverlauf rutscht dann das Sturmfeld Richtung Deutschland voll rein. Im Westen in Nordrhein-Westfalen teilweise bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Richtung Nordwesten um die 90 und auch hier im Westen und Südwesten so 70 bis 80 Kilometer pro Stunde. Und das Ganze verlagert sich dann später auch in den Osten. Nur der äußerste Südosten, der bekommt von diesem Sturm nur relativ wenig ab. Und zum Abend teilweise hier im Nordwesten nochmal 90 bis 100 Kilometer pro Stunde. Auch im Osten bis zu 80 und hier im Westen und Südwesten auch nochmal um die 80 Kilometer pro Stunde. Also heute nochmal schnell alles festbinden, was draußen irgendwie locker rumsteht. Und vor allen Dingen die Balkon- oder Terrassenmöbel, das kann alles mal ganz schön wild umhergeweht werden. Wir blicken auf den Luftmassenfilm mit den Temperaturen in 1500 Metern Höhe auf die kommenden Tage. Und wir sehen im Laufe dieser Woche, da bleibt es hier genau über Deutschland immer wieder bei diesen kalten Luftmassen. Aber dann zum Wochenende, zum 2. Mai-Wochenende, kommt hier aus Nordafrika über Spanien, Frankreich sehr warme Luft kurz bis zu uns nach Deutschland geströmt. Danach wird sie nächste Woche zwar wieder abgedrängt werden, aber bis dahin kann es zumindest bei uns in Deutschland mal für ein paar Tage richtig warm werden. Und das betrifft besonders das kommende Wochenende, da ist ja Muttertag. Wir blicken mal reingezoomt auf Deutschland, auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und da sehen wir am Sonntag, besonders hier in der gesamten Südosthälfte, Werte um die 10 bis 15 Grad Richtung Alpenrand, sogar bis zu 17, 18 Grad in 1500 Metern Höhe. Weiter nordwestlich, da bleibt es vorübergehend noch ein bisschen kühler, hier die Temperaturen teilweise unter 10 Grad. Und was heißt das für die Temperaturen unten am Erdboden? Schauen wir uns mal diese Wetterkarte an, mit den Temperaturen in 2 Metern Höhe. Ja und wir sehen hier im gesamten Südosten Temperaturen von teilweise deutlich über 20 Grad, teilweise auch über 25 Grad. 26 Grad im Osten bis zu 28 Grad am Oberrhein wären demnach am Muttertag durchaus drin. Wir kratzen also knapp an der 30 Grad Marke weiter Richtung Nordwesten, da würde es kühler bleiben bei 17 bis 20 oder auch mal knapp 21 Grad. Ja, dementsprechend wäre auch die Wetterlage ziemlich durchwachsen. Ja, im Nordwesten viele Wolken, immer wieder Regenschauer am Muttertag, dagegen hier im Südosten immer wieder Sonnenschein, relativ freundlich. Und deswegen wird es eben hier auch so warm mit sommerlicher Wärme, Temperaturen von teilweise mehr als 25 Grad. Aber wie sicher ist im Grunde diese Wetterlage? Schauen wir uns dazu mal die Ensemble-Vorhersage an für die Mitte Deutschlands bis zum 19. Mai und zwar für die 2 Meter Temperatur. In den kommenden Tagen, es bleibt dabei, die Temperaturen dümpeln umher um die 10 bis knapp 15 Grad und dann kommt das Wochenende im Mittel, steigen die Temperaturen auf knapp über 20 Grad. Aber einzelne Berechnungen gehen auch mal über 25 Grad hinaus, gehen Richtung 27, 28 Grad. Für drei, vier Tage ist das der Fall, aber dann sinkt das Mittel schon wieder ab und wir liegen meist so um die 15 Grad. Und dieses Niveau halten wir dann sehr wahrscheinlich in der Mitte Deutschlands bis zum 19. Mai, also fast bis zum Ende der 2. Mai-Dekade. Es ist wohl nur ein kurzes Aufbäumen der warmen Luftmassen ab Samstag, Sonntag, Montag, vielleicht noch der Dienstag, aber danach wird es wahrscheinlich auch relativ schnell schon wieder kühler werden. Und wir blicken auf die Niederschlagssignale ebenfalls für die Mitte Deutschlands bis zum 19. Mai und da sind immer wieder Niederschlagssignale mit dabei. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber immer wieder fällt was vom Himmel und das bis zum 19. Mai, also bis zum Ende von diesem Trendzeitraum. Wir stellen also fest, beständiges, warmes, trockenes und sonniges Maiwetter ist weiter nicht in Sicht, nur am kommenden Wochenende. Da könnte es mal zwei, drei Tage ein bisschen wärmer werden, vielleicht sogar mit dem ersten Hitzetag des Jahres 2021. Das ist auf jeden Fall spannend, aber heute erst mal aufgepasst vor dem Sturm Eugen. Das war es vom Wetter. Ich wünsche einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten freuen wir uns natürlich über ein Abo auf unserem Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und einen schönen Dienstag.